Wir sind jetzt hier in diesem Flak-Turm und haben ihn schon komplett mit Dynamit verkabelt und müssen jetzt schauen, dass wir hier irgendwie rauskommen. Irgendwie ist gut, wenn überall diese Elite-Soldaten rumstehen. Naja gut. Immer dem Kabel nach. Nee. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Und hier schnell die Leiter hoch. Schneller, 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 schneller. Schneller! Ich komm hier nicht hoch. Ich komm hier nicht hoch. Hallo. Ich will da hoch. Warum komm ich da nicht hoch? Kann mir das mal einer erklären? Ach jetzt. Mein Gott, die stellen mich da an wie der letzte Mongo. Aber ich glaub, wir dürften keine Feinde mehr kommen, oder? Ich hoff's zumindest nicht. Jawohl, wir sind draußen. Ja, und was ist jetzt hier passiert? Schaffst du's noch? Ich glaub nicht. Und... Tschüss. Flak-Turm zerstört. Ziel erreicht. Körnel Scott Webb, Abschlussbericht, 27. März 1945. Der Krieg ist vorbei. Das einst so mächtige Deutschland liegt in Trümmern. Ich denke, Amerika verdankt diesen Triumph die Mut und der Beharrlichkeit unserer Luftlandetruppen. Die Entschlossenheit und Opferbereitschaft dieser Soldaten erfüllt mich mit Stolz. Und ich fühle mich geehrt, den Luftlandetruppen anzugehen. Die Entschlossenheit und Opferbereitschaft dieser Soldaten erfüllt mich mit Stolz. Ja, Leute, das war's mit Let's Play Metal of Honor Airborne. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir auf jeden Fall. Obwohl, das Spiel von 2007 ist echt noch geile Grafik. Die KI ist ein bisschen mangelhaft, aber okay. Darüber jetzt mal hinweggesehen. Das Spiel hat jetzt eine nicht allzu lange Spieldauer eben. Finde ich jetzt gut, dass man's mal so ein bisschen nebenher zocken kann. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Ich kann's euch empfehlen. Kauft's euch bei Steam. Kostet nur noch, ich glaub, 9 Euro oder maximal 10. Holt's euch auf jeden Fall. Macht Spaß. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zusehen wie ich beim Spielen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Also, bis dann. Ciao.